Die längste Bogenbrücke der Welt. Und eine imposante Hängebrücke. Beide überbrücken gewaltige Strecken und widerstehen doch Taifunen und Erdbeben. Der Brückenbau boomt in einer Volkswirtschaft, die so schnell wie keine andere wächst. In China. Wie errichtet man Brücken, deren Bau unmöglich scheint? Wie errichtet man Brücken, deren Bau unmöglich ist.